Ah, ich weiß welche Kiste ich mir denn holen kann. Und ganz vom Anfang, wo ich ja nicht hinkam. So, Blume des Amtors? Hä? Warte. Was ist das, Blume des Amtors? Da. Blume eines Amtors. Hä? Ach ja, stimmt. Ich habe ja nur die Wanderarztblumen bisher gehabt. Richtig. Cool, jetzt habe ich auch eine Blume des Amtors. Nice. Hm. Okay. Wieder was neues gelernt. Moment, warum regnet es? Ich glaube, das ist das erste Mal jetzt, dass es regnet. Kann das sein? Wenn man jetzt mal vom Sturm abzieht, den wir hatten. Statuen anbeten. Alles da. Maximale Ausdauer erhöht. Das ist natürlich schön. Okay. Ciao. Warte. Hier ist immer noch eins. Richtig. Das habe ich ja eben eigentlich auch gesehen. Ah, da oben im Baum. Das ist schon... Meine Güte, warum ruckelt das denn so? Das finde ich gerade nicht nett. Ich finde es gerade nicht so toll, dass es so extrem ruckelt. Teilweise. Hm. Ach. Okay. So, ich bin jetzt irgendwo hier im grünen Gestrüpp. Da ist das Ding. Ja. Hm. Ah, warte mal. Ich kann auch, glaube ich, von hier aus dahin fliegen. Kann das sein? Ich brauche nur ein bisschen bessere Sicht. Na, obwohl... Könnte schwierig werden. Möglich ist es. Aber es ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, ich... Ich droppe zu sein. Nee, komm. Lass mal. Wie gesagt, ich muss mich ja nicht chätzen damit. Was gedrückt halten, um zu chatten? Mit wem? Mit wem soll ich chatten? Ich bin in keiner Gruppe. So. Einen Opfern. Ich habe nur eins. Ich brauche sechs. Ne, ich brauche vier. Um in die nächste Stufe aufzusteigen. Das ist das Blödsinn. Nee, brauche ich nicht machen. Das macht keinen Sinn. So. Wir gehen jetzt mal relativ straight in die Stadt zurück. Aha! So. Dann haben wir hier wieder so einen Geist, der uns zu einer Schatztruhe führt. Richtig. Hallo! Und führst du uns? Öh. Okay, wir gehen zurück. Ach, hier ist das Ding. Sehr schön. Ach, wer ist denn das? Habe ich schon mit dem geredet? Ich glaube nicht, oder? Doch, ich glaube ich habe mit dem schon geredet. Ich habe keine Ahnung, wer hier gerade mit mir kämpfen will. Ach, hier ist das Ding. Das Vieh wollte mit mir kämpfen. So. Genau. Hier war ja der erste Dungeon. Mit Amber. Meine Güte, ist das am Regnen. Oh. Dankeschön. Oh, was ist das denn? Okay. Da habe ich was Leuchtendes gesehen. Okay, ist zum Aufsammeln. Das war es aber nicht, was ich meinte. Ich meinte, das leuchtende da. Guck mal. Aussichtspunkt. Ah. Eintrittspunkt. Okay, man kriegt, man hat auch Aussichtspunkte, wo man einfach mal sich hinstellen kann und dann kann, hey, guck mal, wie schön das ist. Was ist das denn? Über dem Dungeon leuchtet irgendwas blau. Jetzt bin ich da auch interessiert, da nochmal hinzugehen. Ist das wieder ein Annen? Ach ne, das sind diese komischen Pflanzen. Mit denen man nichts anfangen kann. Krass, wie die leuchten. Da irgendwo im Dungeon ist jede Menge zum Aufsammeln von Essen. Wollte ich aber jetzt nicht machen. Ups. Weil auch wenn ich viel Essen im Dungeon verbraten habe, vor allen Dingen für Lisa. eigentlich könnte ich wirklich nochmal was kochen. Alter, wieso ist es so am Regnen? Warte, wo war die Kiste? Die war da. Ah, die wollte ich noch holen. Das hätte ich schon wieder fast vergessen. Gib mir noch die Blume. Guck mal, jetzt regnet es nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, es ist sogar eher strahlender Sonnenschein. Auf dem Loch kommt die Wolke. So. Wir wollen hier einmal hoch. Grüße. Wir kennen uns noch. An euch habe ich immer ausprobiert. Mein Rettich. Meine Kartoffel. So. War das hier? Ne, da ist die Kiste. Da ist ja vorher noch nicht. Ähm. Ja. Okay. Gut. 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 Kannst du mal dich da dran heften, du? Hä, wieso will er nicht hochklettern? Willst du mich verarschen? Er will mich, glaube ich, gerade verarschen. Alter, was ist denn hier los? Er will gerade überhaupt nicht machen, was ich will von ihm. Wieso will er da nicht hochklettern, das verstehe ich nicht. Versuch's mal vom Baum aus. Will ich eigentlich da... Hä? Ich will mich eigentlich irgendwie hinstellen. Das geht nicht. Ah, okay. Und er rutscht runter. Alter, wieso bin ich gerade zu blöd, an diese Kiste ranzukommen? Dankeschön. Ja, ich bin zu blöd, an diese Kiste ranzukommen. Guck mal. So kann ich rüberspringen? Wieso kann ich nicht an der anderen Seite rüberspringen? Ah. Manchmal muss man es nicht verstehen. So. Fliege ich jetzt hier rüber? Nee. Komm, ich laufe. Ich laufe, das ist besser. Beziehungsweise, ich fliege hier das kurze Stück. Ich wollte den Busch nicht kaputt haben. Nur mal wieder Fälschertaste genommen. Soll ich das Erz mitnehmen? Ja, komm, ich nehme das Erz mit. Irgendwann werde ich es bestimmt gebrauchen. Dann brauche ich nicht farmen. Ich muss mich übrigens immer noch dafür entschuldigen, dass mein Controller leider so laut ist. Aber ich habe keinen anderen. Ganz einfach ausreden. Ich habe keinen anderen. Ich habe keinen anderen. Nee. Komm her. Koll nicht weg, Eisen. So, haben wir alles? Ich glaube, ja. Okay. Das Sammelnbrick leider keine XP. Das finde ich ein bisschen schade. Also, Abenteuer-XP meine ich jetzt. Für die Charaktere. Was ist das? Ich habe gerade gedacht, was ist denn da? Ähm. Für die Charaktere ist das egal. Aber für Abenteuer-XP wäre halt cool eigentlich. Da wir ja die Stadt schon komplett erkundet haben, brauche ich da nichts mehr machen. Ich habe zwar eigentlich schon mal mit ihr gesprochen, aber machen wir das doch nochmal. Hallo. Aha, sie hat mich lange beobachtet. Okay. Hat Paimon gerade ernsthaft gefragt, was hat mein kleiner Freund denn angestellt? Paimon. Frag, was hat mein kleiner Freund denn angestellt? Alter, ich bin mehr als doppelt so groß wie du. Boah, boah, ey. Danke, Mensch. Also, ich bin ja eigentlich bescheiden, aber meine Güte, dass ich mich mit legendären Abenteuer messen kann. Ja, vor allen Dingen, weil ich die ganze Arbeit mache, Paimon. Aha. Mhm. Ja, geben wir mir eine Einführung. Ich, Paimon, du nicht. Du bist nur Mitbringsel. Das ist gemein eigentlich, ne? Ich will jetzt gar nicht meine Vorteile. Nein, ich mach mal gut. Das haben wir schon beim letzten Mal gesehen. Deswegen bin ich froh, dass ich gerade wieder ein Level ab hatte. Obwohl, bin ich sowas schon 8? Ich glaube, ich bin auch 8, ne? Das ist ein Präsent von den neuen Jungen aus der Kirche. Bekündigt, bitte. Mach ich. Ne, ich bin 7, nicht 8. Schade. So, alles abgeholt. Ich bin wieder in den neuen Jungen. Dankeschön. Das ist eine Abenteuer-Lizenz. Man bekommt sogar eine Lizenz. Äh, sieht aber eher aus wie ein Werbheft. Das, das wird im Werbheft, finde ich irgendwie cool. Nein, ich sag, man kriegt sogar eine Lizenz. Also doch, es ist ein, eine Broschüre quasi. Ich öffne mal hinein und bewahre sie gut auf, okay. Und noch was. Ja. Vor allem, wenn man keine Aufgabe hat. Aber ich hab ja noch, zum Glück. Ah, okay. Cool, dann kann ich anscheinend, wenn ich quasi keine Aufgabe für mein Level gerade habe, kann ich zu ihr hingehen und sagen, hey, was hast du für mich? So nach dem Motto. Das ist cool. Vielen Dank. Dankeschön. Blüte des Flusses ist der Elemente verfügbar. Die Elemente sprudeln. Abenteuerstufe 8. Kann ich direkt nochmal mit ihr reden und nochmal Belohnung abkassieren. So. Ups. Oh. Entschuldigung. Blüte des Flusses ist der Elemente verfügbar. Blüte des Flusses ist der Elemente verfügbar.